Hallo und herzlich willkommen bei Search One, das Magazin für Online-Marketing, erfolgreiche Websites und digitales Business. Mein Name ist Sascha und ich zeige euch in diesem Video, was es mit dem Theme Avada für WordPress auf sich hat. Wir schauen dabei Avada mal unter die Haube und finden heraus, welche Features es hat, welche Layouts es bietet und was man mit dem Theme im Allgemeinen alles anstellen kann. Ganz am Ende zeige ich dir, wie du Avada erwerben kannst und welche Optionen es dafür gibt. Die Avada-Website ist wirklich gut gemacht. Hier können wir unterscrollen und alle möglichen Features uns anzeigen lassen. Avada hat seit Neuestem, und zwar seit der Version 6.0, auch einen Frontend What-You-See-Is-What-You-Get-Editor, was sehr löblich ist. Vorher konnte man Avada-Websites nur mit dem Backend-Editor bearbeiten und wie wir hier sehen können, ist diesmal alles mit Point und Klick möglich. Das ist natürlich sehr lobenswert. Avada ist sehr stolz darauf, über 525.000 Kunden auf der Theme Forest-Plattform zu haben. Das macht Avada hinter Divi zu dem meiner Meinung nach oder nach den Zahlen zweiterfolgreichsten WordPress-Theme weltweit. Der Hersteller hinter Avada, Theme Fusion, ist besonders stolz auf diesen Editor, der sich übrigens Fusion-Editor nennt oder Fusion-Builder, mit dem Live-Edit möglich ist, wie wir hier sehen können. Da bin ich auch mal gespannt darauf, wie gut das Ganze dann auch funktioniert. Wir sehen hier die ganzen Möglichkeiten und das werden wir uns gleich auch mal im Detail anschauen. Was gibt es noch? Es gibt über 60 verschiedene Design-Elemente und Möglichkeiten, das Layout responsiv zu gestalten, was heutzutage natürlich selbstverständlich ist. Es gibt einen One-Click-Demo-Importer, mit dem sich ganze Websites importieren lassen. Und hier sehen wir es, 53 Pre-Build-Websites. Ich meine, es sind sogar schon mehr für alle möglichen Typen von Seiten. Das sind SEO-Seiten oder SEO-Websites, Sport, Galerien, Friseure, Fahrschulen, Elektriker und was wir hier nicht alles haben. Anbindung an WooCommerce, sodass wir auch einen Online-Shop von da auch betreuen können, die Seiten des Online-Shops entsprechend auch bearbeiten können. Eine Sache, die sie immer wieder hervorheben, ist, dass Avada den Fusion-Builder selbst entwickelt. Das heißt, dass sie keine Abhängigkeiten zu Drittherstellern haben. 100% Inhouse-Entwicklung und keine Abhängigkeit zu Drittparteien. Das bedeutet, dass zum Beispiel, wenn jetzt neue Versionen vom Theme rauskommen, die vielleicht mit einem anderen Editor nicht kompatibel sind, dass das nicht passieren kann. Weil Avada ja entsprechend Kontrolle über den eigenen Editor hat, ist es so, dass immer alles gleichzeitig aktualisiert wird. Ja, so etwas kann passieren, wenn man andere Themes benutzt. Und da wollen wir uns jetzt mal genau anschauen, wie das Ganze im Backend aussieht. Übrigens, ich habe ja schon die Website gelobt. Man kann hier wirklich oben hingehen und entsprechend auf Live klicken. Das wäre dann der Editor. Die Theme-Features sehen wir hier alle schön aufgelistet. Das ist eine ganze Menge. Die Design-Elemente, also was es alles für Elemente gibt, die wir auf den Seiten und in den Zeilen und Spalten einfügen können. Die Demos, das ist auch ganz gut gemacht. Hier kann man direkt draufklicken und sich die Website-Layouts, die man benutzen kann, diese Pre-Build-Websites, auch alle im Detail angucken. Also wenn ich mir hier zum Beispiel das Website-Layout von den Movers angucken möchte, vom Umzug-Unternehmen, dann kann ich das mal aufmachen. Vielleicht auch gleichzeitig Craft Beer und haben wir vielleicht noch irgendwie eine Reise-Seite. Hier ist eine Health-Seite, Fotografie-Seite. Ja, schauen wir mal. Lifestyle-Travel. Hier ist noch eine Travel-Website und da können wir uns die drei Layouts mal angucken. Was ihr besonders gut gefällt, ist, dass sie die Landing-Page als Startseite gemacht haben. Ja, hier wird auch ganz viel mit Animationen gearbeitet. Aber wir können auch zum Beispiel in den Blog schalten und dann uns angucken, wie das da aussieht. Und hier sehen wir, dass die Beiträge, die in der Installation, in der Beispiel-Installation drin sind, auch sehr gut das Layout entsprechend featuren. Gehen wir einfach mal auf Best-Moving-Tipps, so sogar mit einem Download-Button und so weiter für eine Checklist. Also es ist auch sehr gut auf das Marketing optimiert, was sich dann natürlich noch von jedem selbst implementieren lassen muss. Schauen wir mal das Craft Beer-Layout an. Sehr gut gemacht. Und noch vielleicht die Travel-Website. Ja, perfekt. Also mir persönlich muss ich sagen, gefällt das sehr gut. Darauf kann man auf jeden Fall schon mal sehr gut aufbauen. Du siehst hier Avada ganz frisch installiert in einer neuen WordPress-Installation. Falls du noch nie ein Theme installiert hast, bekommst du in der Regel vom Hersteller oder auch von ThemeForest eine ZIP-Datei zur Verfügung gestellt. Die musst du dann unter Design-Themes mit hinzufügen und dann Theme hochladen, Datei auswählen, die ZIP-Datei auswählen, auf jetzt installieren klicken und danach auch nochmal auf aktivieren klicken. Und schon ist dein Theme aktiviert. Was wir jetzt hier zum Beispiel sehen, ist, dass Avada sogar schon eine Aktualisierung hat. Also klicke ich einfach mal da drauf. Avada ist aktualisiert. Mit dieser neuesten Installation klicke ich dann auf Go Manage Plugins und hier kann ich dann schauen, welche Plugins ich tatsächlich noch installieren muss. Mir wird eine 4 gezeigt, also werde ich wahrscheinlich hier auf Install gehen müssen, dann auch hier auf Install und alle anderen Plugins muss ich nicht installieren, aber kann ich installieren, wenn ich zum Beispiel einen Bedarf dafür habe. Danach geht es weiter zu Return to Required Plugin Installer. Wir sehen hier, dass mein zweiter Klick tatsächlich gewirkt hat. Dieses Plugin ist jetzt aktiv, also klicke ich auch nochmal hier auf Installieren und wieder zurück zu den benötigten Plugins. Wir sehen hier also die anderen Plugins, die wir auch noch installieren könnten. Fusion, White Label Branding, Convert Plus. Das sind alles hier eigene Felder definieren. Slider Plugins gibt es. Das SEO Plugin ist integriert. Community, BB Press, ein Eventkalender, WooCommerce-Integration und Kontaktformulare erstellen und verwalten. Aber die werde ich jetzt alle nicht installieren, denn ansonsten würde unsere Demo tatsächlich mehrere Stunden dauern. Beginnen wir im Backend einfach mal mit der Willkommens-Seite. Hier können wir uns ein Video anschauen, wie der Live-Editor funktioniert. Im Bereich Registrierung sieht man nur meine Registrierungsnummer. Im Bereich Unterstützung sehen wir die verschiedenen Support-Möglichkeiten. Besonders hervorzuheben ist hier, dass Avada standardmäßig mit einer sechsmonatigen Support-Lizenz kommt. Hier kann man sich also einen Support-Account erstellen und dann entsprechend Fragen stellen und auch auf die Dokumentation zugreifen von hier aus. Im Bereich FAQ gibt es dann noch jede Menge Antworten auf häufig gestellte Fragen. Die sind allerdings alle leider auf Englisch und im Bereich Demos können wir runterscrollen und uns die verschiedenen Demo-Seiten angucken und diese dann entsprechend zum Beispiel hier importieren. Und wir müssen nicht alles importieren, was die Demo-Website anbietet, sondern können auch einfach zum Beispiel nur Seiten, nur Bilder, nur FAQs und so weiter installieren. Ich will jedoch ganz gerne eine komplette Website installieren, damit ich einfach einmal sehen kann, was diese Website, was das Layout und so weiter alles bietet. Also klicke ich auf Alle und auf Importieren. Da das Ganze länger dauert, werde ich darauf hingewiesen, vielleicht auch noch mein Memory-Limit hochzusetzen und auch mein Time-Limit auf 180 Sekunden. Mal sehen, was passiert, wenn ich es einfach trotzdem so mache. Also das hat keine 20 Sekunden gedauert, ging also sehr schnell und es war nicht notwendig, hier irgendwelche Limits hochzusetzen. Ich sollte das Kontaktform 7 Plugin installieren. Ich denke, das hat damit zu tun, dass ansonsten das Kontaktformular nicht funktioniert. Da kann ich jetzt zu Demo-Zwecken mit leben. Also done. Und schon habe ich eine Tierarzt-Website gebaut. Jetzt muss ich im Prinzip nur noch meine eigenen Bilder einfügen, wobei ich mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Bilder verwenden kann, die hier gezeigt werden. Das muss man aber, das kennt ihr mit Sicherheit auch in Deutschland, immer selbst verifizieren. Niemals einfach so Bilder einfügen, sondern immer schauen, ob das Copyright auch wirklich das erlaubt. Und das kann man in der Regel beim Hersteller auf der Website nachlesen. Aber am besten, also ich persönlich, lasse mir das immer schriftlich bestätigen in einer E-Mail. Dann kann es auch nicht zu irgendwelchen Missverständnissen kommen. Dies sichergestellt können wir einfach mal ein bisschen durchklicken. Gehen wir mal auf die About-Seite. Wunderbar, niedliche Hasen, FAQs, Kontakt und so weiter. Mich würde ja mal interessieren, was passiert, wenn ich jetzt auf Kontakt klicke. Not found. Ja, vielleicht liegt das einfach daran, dass das Kontaktform-Plugin nicht installiert ist. Okay, dann wissen wir Bescheid. Weiter nach oben gescrollt. Services. So, hier können wir runterscrollen. Selbstverständlich müssen wir das jetzt für uns oder für unseren Kunden entsprechend in das Deutsche übersetzen. Advice. Ja, eine Seite mit den besten Tipps. Warum schlafen Katzen eigentlich so viel? So, steht das da wirklich? Nicht wirklich, nur auf Latein. Das war klar. Ich klicke jetzt einfach nochmal auf das Archiv hier, Oktober 2019, um zu schauen, welche Beiträge denn im System sind. Da ist nur unser Hello World. Das heißt, für diese Website gibt es halt hauptsächlich Seiten und weniger Beiträge. Die müsste ich dann selbst noch hinzufügen. Wie sieht ein Beitrag aus? Klicken wir einfach mal hier drauf. Ja, also magazinig würde ich schon fast sagen. Und jetzt müssen wir quasi unsere eigenen Blog-Beiträge auch noch schreiben. Wir machen mal einen kleinen Exkurs. Und zwar habe ich es ja persönlich nie so gerne, wenn es hier diese Benachrichtigungssymbole gibt. Hier sind zwei Messages. Worum handelt es sich hier? Es geht hier um zwei Messages im Fusion-Patcher. Und warum ich darauf aufmerksam machen will, ist, weil der Vorgang hier oder die Funktion, das Theme upzudaten, auch außerhalb der offiziellen Updates, finde ich ganz interessant. Das heißt, wenn es irgendeinen Breaking-Change gibt oder irgendein Problem mit irgendeiner Datei, dann hat Avada die Möglichkeit, hier im Fusion-Patcher kurz ein Update einzuspielen. Und das finde ich ganz praktisch. Zum Beispiel hier fixes Breadcrumbs Schema. Das ist also quasi schon ein Update. Allerdings handelt es sich nur um einen Fix für eine Sache. Und ich möchte mal hier den Patch anwenden. Der Patch wurde angewendet. Und jetzt erst kann ich den nächsten Patch anwenden. Und dieser Patch wurde auch angewendet. Und jetzt sind tatsächlich alle Benachrichtigungen weg. Wunderbar. Noch eine Sache, die mir bei Avada so gut gefällt, ist, dass ich Democontent wieder entfernen kann. Vollständig. Und zwar, wenn ich Themes wie dieses hier komplett importiert habe, kann ich auf Bearbeiten gehen, Entfernen. Und dann Entfernen. Bestätigen. Und es ist alles entfernt. Schauen wir direkt mal nach. Tatsächlich, das komplette Theme ist entfernt und die ganzen Inhalte auch. Durch die meisten Avada-Einstellungen sind wir jetzt durch. Der Fusion-Builder selbst, also der Frontend-Editor, hat aber auch so seine eigenen Optionen. Das sieht man hier. Willkommen, Support, FAQ. Einstellungen ist das, was hier wirklich wichtig ist. Schauen wir uns das mal an. Hier sehen wir diverse Einstellungen, zum Beispiel, ob der Fusion-Builder sich automatisch aktivieren soll. Welche Bilderelemente tatsächlich vorkommen sollen. Also hier kannst du die Bilderelemente abwählen, die du nicht regelmäßig sehen möchtest. Das ist ein bisschen mehr Überblick dann. Bei welchen Post-Types der Fusion-Builder angeboten werden soll. Content, den du wieder importieren kannst. Setzt natürlich voraus, dass du Content bereits einmal exportiert hast. Sehr praktisch, wenn du an mehreren Projekten arbeitest und dann entsprechend Vorlagen und so weiter hier bei dem Fusion-Builder wieder reimportieren möchtest. Hier ist die Export-Option und es gibt auch noch eine Einstellung für die Sticky-Buttons. Ich belasse hier einfach mal alles wie gehabt und wir schauen uns die Bibliothek als nächstes an. In der Bibliothek sind die Vorlagen gespeichert, die wir vorher entsprechend in sie gelegt haben. Und dann schauen wir uns die Add-ons an. Und die halte ich für besonders interessant, denn die Add-ons sind quasi Plug-ins, allerdings für den Fusion-Builder selbst. Und hier gibt es einige sehr interessante Plug-ins. Ich habe mal hier die Seite aufgemacht, die Vor- und After-Image-Comparison. Das fand ich sehr interessant. Das wollte ich immer mal selbst auf einer Seite implementieren. Habe es aber bis jetzt noch nie gemacht. Mit Avada wäre es extrem einfach. Das sind diese Slider hier, die man zwischen den beiden Bildern hin und her ziehen kann. Vorher, nachher. Also der Effekt, der wird hier bei diesem Beispiel gut deutlich. Vorher, nachher. Also das könnte zum Beispiel sehr gut auf der Seite eines Immobilienmaklers oder eines Bauprojektmanagers zum Beispiel gezeigt werden. Schauen wir uns als nächstes mal an, was es noch für weitere Optionen von Avada gibt. Es gibt noch zusätzlich den Fusion-Slider. Das ist ein Plug-in oder ja, es ist fest eingebaut in Avada. Aber hiermit kann ich Slides anlegen. Ich kann hier den Titel des Slides eingeben. Und wie man sieht, ist das ein extrem mächtiges Slide-Plugin. Also das hat es wirklich in sich, was man hier alles damit machen kann. Als ob das nicht schon genug wäre, gibt es auch noch den Elastic-Slider. Er hat nicht ganz so viele Optionen, erfüllt aber quasi den gleichen Zweck. Ich habe hier einfach mal so ein Beispiel angelegt. Wie man sehen kann, gibt es hier nur die Möglichkeit, Titel und Beschriftung anzulegen. Das ist also deutlich simpler als das andere. Beide können parallel eingesetzt werden. Und zum Thema Slider würde ich sagen, informiere dich, bevor du sie einsetzt. Denn es hat sich gezeigt, dass sie sowohl unter Umständen für die Suchmaschinenoptimierung, aber auch für die Usability nicht immer so die beste Lösung sind. Das heißt, bevor du einen Slider auf deiner Seite einsetzt, ich weiß, das sieht, das kann sehr hübsch aussehen, mach dich schlau und informiere dich mal, ob das tatsächlich immer noch State-of-the-Art ist. Nur weil etwas sehr cool aussieht, ist das nicht, dass du es auf deiner Website verwenden musst. Mit der Installation von Avada sind auch noch weitere Content-Typen hinzugekommen. Das wäre dann zum einen das Portfolio. Mit dem Portfolio kann ich, wenn ich zum Beispiel Designer bin oder einfach viele verschiedene Arbeitsbeispiele zeigen möchte, hier ein Portfolio oder mehrere Portfolios anlegen. Damit wir uns so ein Portfolio einfach mal angucken können, ohne jetzt selbst mühselig das auszufüllen, ja, würde ich sagen, what the hell, lass uns einfach mal hier so eine Demo installieren. Avada Galerie importieren. Und hier haben wir ja tatsächlich auch Portfolios drin, also benutzen wir die doch einfach mal. Und vielleicht machen wir auch nochmal Slider Evolution drauf. Ich klicke mal hier auf Installieren. Ja, das hat ungefähr 30 Sekunden gedauert. Und jetzt mal hier auf Importieren. Okay. Das hat auch nochmal ungefähr 30 Sekunden gedauert. Wir gehen auf Done und schauen uns mal die neue Website an. Ja, das sieht ja schon mal wirklich sehr, sehr ansprechend aus. Es ist hier eine Galerie, also quasi eine Kunstausstellung. Eine Website für eine Kunstausstellung. Das ist wirklich ganz ordentlich hier. Auch die Bilder sind wunderschön. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo hier entsprechend die Portfolios drin sind. Ich vermute mal, gehen wir mal auf Exhibitions. Die werden nicht angezeigt. Dann gehen wir auf Artists. Oh, die werden auch nicht angezeigt. Okay. Ich habe das Problem gefunden. Ich muss die Exhibitions und so weiter hier oben über das Menü aufrufen. Die liegen anscheinend auf einer anderen URL. Kein Problem. Und wir sehen hier die verschiedenen Exhibitions. Ich gehe mal auf die erste drauf. Check Model. Voll mal runter. Sehr schön gemacht. Und jetzt schauen wir doch mal im Backend nach, welche Portfolios oder welche Informationen hier als Portfolio hinterlegt sind. Aha. Da sehen wir nämlich die verschiedenen Künstler. Okay. Schauen wir uns mal einen Künstler an. Artists. Hier sind die verschiedenen Künstler, die hier die Funktion Portfolio abdecken oder als Portfolio angelegt sind. So sieht also ein Portfolio aus. Das kann ein Profil sein mit Text. Ja, also hier ist es quasi mit einer Vita, mit einem Lebenslauf. Es können im Portfolio im Prinzip alle möglichen Sachen hinterlegt werden, die auch auf einer normalen Seite oder in einem Beitrag hinterlegt werden können. Das sehen wir hier. Alan Baker. Das gucken wir uns jetzt mal im Backend an. Hier sehen wir die verschiedenen Elemente, die hier drin sind. Voll mal weiter runter. Keine Ahnung, warum das jetzt so angezeigt wird. Okay. Die Optionen, die hier angeboten werden, die sind wirklich sehr, sehr umfangreich. Das heißt, es wird schon eine Weile dauern, sich damit tatsächlich auseinanderzusetzen und dies zu machen. Aber was passiert jetzt, wenn ich einfach auf den Fusion Builder live gehe? Huch, ich musste einmal kurz ein neues Browser-Profil anlegen, da anscheinend irgendeine von meinen Chrome-Erweiterungen mit dem Editor irgendwie in Konflikt geraten ist. Das Ganze ist sehr, sehr langsam geworden. Hier ein Tipp, wenn dir das passiert, dass etwas sehr, sehr langsam wird im Browser. Denk immer daran, die Chrome-Erweiterungen, von denen ich irgendwie über 20 Stück installiert habe, könnten hier in die Quere kommen. Das Gleiche gilt auch natürlich für die Firefox- oder Safari-Erweiterungen, falls du welche hast. Jetzt aber haben wir hier das Portfolio-Element und nutzen wir doch einfach mal die Gelegenheit, um uns auch direkt den Editor unter die Lupe zu nehmen. Wenn wir über die Elemente scrollen, dann können wir sehen, dass hier diese Box aufgeht, also einmal mit dem Füller zum Editieren und einmal mit dem Pluszeichen, um Elemente hinzuzufügen. Das ist eigentlich ganz gut und übersichtlich gemacht. Da gibt es andere Themes, da gehen deutlich mehr Boxen auf, wenn man mit der Maus drüber geht. Schauen wir doch mal, ob Drag & Drop funktioniert. Einfach anfassen, ziehen und loslassen. Hat tatsächlich was gebracht. Und jetzt funktioniert auch das Command-Z oder Steuerung-Z. Einmal Steuerung-Z gedrückt und nochmal gedrückt. Und tatsächlich musst du zweimal drücken und dann wurden diese Änderungen wieder rückgängig gemacht. Gehen wir weiter runter. Wir sehen, dass hier die Hauptzelle, ich glaube Avada nennt das Ganze Container, ja, Add-Container, existiert. Und da drin sind dann entsprechende Spalten. Hier kann man auch die Art und Weise, wie sich die Spalten aufteilen, entsprechend einstellen. Damit bin ich soweit zufrieden. Und ich frage mich jetzt, ob ich zum Beispiel auch selbst einen Container hinzufügen kann. Wenn ich hier drauf gehe, Add-Container. Schauen wir mal einfach Einzelnen. Ja, das hat funktioniert. Jetzt können wir hier in den Container beispielsweise einfach mal drei solche Spalten hinein machen. Hier drüber ist auch schon eine einfache Spalte. Wenn ich die entfernen möchte, muss ich auf den Stift und dann hier drauf. So. Und hier möchte ich ganz gerne mal drei Bilder reinladen. Okay. Nach einem Klick auf das Pluszeichen macht sich dann auch die Bibliothek der Elemente auf. Und hier sehen wir schon, hier gibt es eine Menge Zeug. Machen wir doch einfach mal eine Standardaufgabe und fügen jetzt unser Bild ein. Wir haben hier, ach das Ganze ist alphabetisch sortiert, also Image bei I. Und hier ist das Image. Mal schauen, was wir hier in der Bibliothek haben. Dann nehmen wir doch einfach mal die drei Bilder nochmal. Unten oder das da. Die Größe, da brauchen wir, okay wir haben nur eine Größe. In den Beitrag einfügen. Und das gleiche wiederholen wir jetzt einfach mal für die anderen beiden. So, das ging wirklich sehr komfortabel und einfach. Über den Editor ist ansonsten noch zu sagen, dass er hier an der Seite die Seitenleiste hat. Übrigens lässt sich die auch bei Schwebend anordnen. Aber das besteht aus drei Reitern. Ganz links sind die Theme-Einstellungen. Und in der Mitte die Seitenoptionen. Und daneben dann jeweils die Elementoptionen, die dann sich beziehen auf das Element, was ich gerade zuletzt bearbeitet habe oder gerade bearbeite. So, zu den Theme-Einstellungen. Ich muss sagen, das hat Avada vorbildlich gelöst. Denn bei den Theme-Einstellungen ist ja normalerweise der Theme-Customizer aktiv von WordPress. Und das hier ist ein deutlich besseres Edit-Erlebnis. Also nur um mal ein paar Sachen zu zeigen. Beispielsweise die Typografie. Für das gesamte Theme. Da kann ich auf Body-Typography gehen. Und klicke dann hier drauf. Nehmen wir einfach mal Arial. Wir merken uns Hebo oder Hibo. Arial. Und gucken hier unten auf den Font. Und in der Tat, der Font ändert sich direkt. Also ich setze das mal zurück auf das Hibo. Und so kann ich auch sehr einfach den Font finden. Wenn ich schon so schön suchen kann, dann, ja, er zeigt mir Roboto an, obwohl ich Robo so geschrieben habe. Das ist natürlich super, dass es hier ein bisschen fuzzy ist sogar. Und schon ist der Body-Text in Roboto. Und dann machen wir doch einfach mal die Überschrift. Wir gehen einmal zurück. Und die Überschriften-Typografie setzen wir vielleicht mal auf Lato. Wunderbar. Sehen konnten wir das allerdings jetzt nicht. Probieren wir es hier oben nochmal aus. Arial, also anscheinend werden hier keine Überschriften verwendet. Rückgängig machen funktioniert nicht oder nicht immer bei diesen Optionen, die wir hier auf der linken Seite bei den Theme-Einstellungen machen. Das ist gut zu wissen. Ich wiederhole mal, was ich gemacht habe. Und zwar habe ich das markiert und dann gehen diese Optionen hier auf. Da kann man auch auf Extended klicken und das wieder zumachen. Das sind alle möglichen Schriftformatierungsoptionen. Und wenn ich jetzt hier auf das A gehe für Typografie, dann kann ich ja das entsprechend umstellen auf H1, H2. Ich stelle es nochmal auf H1 zurück. Und da sehen wir, da haben wir auch den anderen Font. Wenn ich jetzt hier beispielsweise wieder Lato eingebe, dann ändert sich auch tatsächlich der Font für die Überschriften. Der Font für die H2 wird wahrscheinlich durch die Einstellungen überschrieben. Nee, wenn ich genau lesen könnte, dann würde ich ja auch sehen, dass es hier um die H1-Überschriften geht. H2, also ich kann jede einzelne Überschrift separat einstellen. Das ist sehr, sehr löblich. Überhaupt gefällt mir die Art und Weise, wie man allgemeine Einstellungen für das gesamte Theme macht, bei Avada extrem gut. Schauen wir uns nochmal an, wie die Fußzeile konfiguriert wird. Ich habe mir das vorab schon mal genauer unter die Lupe genommen. Und es ist wirklich erstaunlich, welche Einstellungsmöglichkeiten es hier allein für die Fußzeile gibt. Also erstmal der Inhalt, da kann ich die Anzahl der Spalten festlegen. Da sieht man auch sehr schön, wie sich das hier verändert. Jetzt sind es nur noch drei Spalten insgesamt. Ich denke, vier Spalten, dafür haben wir schon den Platz bei dieser Breite. Ich kann hier verschiedene Hintergrund-Effekte machen. Die Copyright-Leiste hier unten einblenden oder ausblenden. Warum hier nicht 2019 angezeigt wird, da bin ich mir nicht genau sicher. Das müsste eigentlich... Ich klicke einfach mal auf Nein, um zu gucken, was passiert. Es aktualisiert und dann ist die Copyright-Zeile tatsächlich weg, wenn man sie gar nicht haben möchte. So, wieder hergestellt. Und dann wechseln wir einfach mal zurück. Und hier ist das Hintergrund-Bild. Hier kann ich das Bild bearbeiten, sagen, ob es sich wiederholen soll und so weiter. Das möchte ich jetzt nicht machen. Aber hier beim Futter-Styling, da fand ich erstaunlich, dass es wirklich extrem viele, so viele Möglichkeiten gibt, das hier alles einzustellen. Machen wir mal hier die Border. Da sehen wir das oben der Balken. Das ist die Border sozusagen. Vertical Divider, das heißt Trennlinien hier zwischen. Kann man sie kaum sehen. Ja, dann kann sie kaum sehen, weil es auf Null steht natürlich. Wenn ich sie mal auf Vier stelle, dann sieht man sie. Ja, so Trennlinien zwischen den einzelnen Elementen, wenn man das möchte. So, vielleicht wieder abschalten. Und wenn ich hier durchscrolle, dann sieht man auch, wie viele Möglichkeiten es gibt, alles, auch wirklich alles bis ins Detail zu konfigurieren. Also so macht das Arbeiten mit dem Theme wirklich Spaß. Die schiere Anzahl der Konfigurationsoptionen, die ist schon ganz schön überwältigend. Und was man hier noch alles machen kann, ich würde sagen, ich springe einfach mal hier unten auf die Einstellungsmöglichkeiten für die einzelnen Elemente, Fusion Builder Elements. Und hier sehen wir auch, dass wir beispielsweise, wenn wir jetzt den Button, der standardmäßig eingefügt wird, konfigurieren wollen, dann können wir das hier machen. Zum Beispiel sagen, dass er eher klein, medium oder groß sein soll, eher ein 3D-Button und all diese Optionen, die wir hierfür einstellen können. Die können wir zentral einmal hier konfigurieren. Und das stellt sicher, dass dann egal wo auf der Seite wir das einfügen, der Button erstmal genauso aussieht, wie wir es hier eingestellt haben. Fantastisch. Wenn ich damit fertig bin, kann ich rüber auf die Page-Optionen wechseln. Und hier lassen sich alle Einstellungen vornehmen, die diese einzelne Seite betreffen. Wenn ich also hier auf die Einstellungen gehe, kann ich den Titel beeinflussen oder den Slug. Der Slug ist das, was oben hier in der URL angezeigt wird, wenn die Seite dann endgültig veröffentlicht ist. Das Featured Image oder auch noch weitere Optionen für weitere Featured Images, wenn ich dafür eine Verwendung habe. Das sind quasi die Einstellungen, die für die Seite gelten. Ich gehe nochmal all zurück. Und hier werden mir nur Sachen eingezeigt, die ich dann auf der Seite tatsächlich machen kann. Also zum Beispiel die Konfigurationsmöglichkeiten für das Portfolio. Wir haben das eben im Backend schon gesehen. Und ich muss sagen, dadurch, dass es so unglaublich viele Optionen gibt bei der Konfiguration, sollte man sich wirklich festlegen auf, ich mache das alles im Frontend oder ich mache das alles im Backend. Vielleicht ist die Option, dass grundsätzlich der Frontend-Editor gestartet werden soll, gar keine schlechte Idee. Sonst sucht man die Konfigurationsmöglichkeiten nämlich immer sowohl im Frontend als auch im Backend und kommt zum Schluss nur durcheinander. Was ich gerade gesagt habe, dass es im Frontend oder Backend die Option gibt, das alles einzustellen und zu verstellen und so weiter. Nein, damit ist es ja noch nicht getan. Es geht ja noch weiter. Ich habe hier oben in der Leiste auch noch die Möglichkeit, das Wireframe einzuschalten. Wenn ich das Wireframe einschalte, dann bekomme ich letztendlich im Frontend die Backend-Ansicht. Hier habe ich dann nochmal eine weitere Möglichkeit, alles zu bearbeiten. Es kann schon relativ komplex werden, aber ich denke, dadurch, dass es diese Wireframe-Ansicht gibt, sind die Diehard-Backend-Fans auch gut bedient, denn die müssen nicht mehr hin- und herschalten zwischen dem Backend und dem Frontend oder die Nutzung dürfte denen deutlich leichter fallen. Wenn wir gerade hier oben in der Leiste sind, dann können wir uns auch nochmal anschauen, was es hier für Optionen gibt. Also zum einen die Seitenleiste ein- und ausschalten, dann gibt es noch die Bibliothek. Darin haben wir noch nichts gespeichert. Das können wir direkt mal nachholen. Nehmen wir doch einfach mal unser Element, was ganz unten eingefügt ist, und schauen, wie sich das als Container direkt speichern lassen würde. Hier doch, da ist es Container speichern. Und jetzt kann ich diesem Container einen Namen geben. Sagen wir drei Bilder. Und ich kann auch hier das Ganze global abspeichern. Das ist eine sehr nützliche Funktion. Das bedeutet einfach, wenn ich am Layout etwas ändere und diese Vorlage auch auf anderen Seiten oder in anderen Beiträgen verwendet habe, dann aktualisiert sich das direkt auf der gesamten Website. Also ich speichere das mal ab. Und jetzt müsste ich eigentlich auch, wenn ich die Bibliothek aufmache, ach, bei dem Container natürlich, weil da habe ich es abgespeichert, die drei Bilder Vorlage. Hier ist die Undo-History. Und das sind die Preferences. Die Preferences beziehen sich auf das Edit-Erlebnis sozusagen. Hier kann ich beispielsweise einstellen, ob die Elemente, wenn ich sie bearbeite, in der Seite aufgehen sollen oder in einem Dialog. Diverse andere Einstellungen. So, was haben wir noch? Neue Seitebeitrag, FAQ-Portfolio. Das ist soweit klar. Das Layout löschen. Können wir gleich mal ausprobieren. Support und dann die Responsiv-Geschichten. Machen wir es einfach mal so, gucken uns an, wie das dann aussieht. Ja, sogar die Animationen werden uns hier angezeigt. Ist schon sehr nett. Ja, super. So sieht es also auf dem Smartphone aus. Halten wir wieder zurück in den Desktop-Modus. Wenn ich das Ganze in der Vorschau betrachten müsste. Die Sache ist ja, Vorschau ist immer super. Aber worauf es ankommt, ist, wenn ich auf die Vorschau klicke, dann sollte sich eigentlich nichts mehr verändern. Mal schauen, ob das klappt. Und ja, wunderbar. Es werden jetzt nur die Elemente weggenommen, die ich zum Bearbeiten brauche. Die sind jetzt weg. Und das Ganze sieht genauso aus wie vorher. Und das ist auch genau richtig. Ja, hier kann ich sagen, veröffentlichen oder nicht. Und das Ganze speichern. Und fertig. Ich speichere es mal ab. Wenn dir Avada auch so gut gefällt wie mir, dann möchte ich dir gleich zeigen, wie du es am besten erwerben kannst. Vorher möchte ich aber noch so ein kleines Fazit, ein kleines Resümee ziehen. Und zwar, mir hat Avada deswegen so gut gefallen. Oder wenn ich ein besonderes Feature herausheben kann, dann ist das auf jeden Fall der relativ neue Frontend-Editor. Mit dem zu arbeiten, macht richtig Spaß. Vor allem muss man aber darauf achten, dass nicht zu viele Plugins im Browser installiert sind, damit dieser Editor nicht Probleme kriegt mit der Performance. Das war bei mir der Fall. Aber nachdem ich ein neues Personenprofil erstellt hatte im Chrome-Browser, hat es wirklich super gut funktioniert. Der Editor ist super intuitiv zu bedienen. Und die Konfigurationsoptionen lassen auch wirklich überhaupt keinen Wunsch übrig. Das ist das Gefühl, was sich bei mir einstellt. Wenn du wirklich sehr schnell arbeiten möchtest und nicht das Gefühl haben möchtest, als müsstest du irgendwo noch unbedingt Code einfügen oder so. Ein Code ausdenken, damit irgendein Layout richtig aussieht oder so aussieht, wie du dir das vorstellst. Ich kann nur sagen, dieses Gefühl hat sich bei mir nicht ergeben. Ich hatte das Gefühl, dass ich mit dem Frontend-Editor auch in den weiteren Tests, die ich noch gemacht habe und die ich nicht aufgezeichnet habe, das Gefühl, dass man damit wirklich sehr gut und sauber arbeiten kann. Also eine Empfehlung aus ganzem Herzen. Ich hoffe, diese Demo hat dir ein gutes Gefühl dafür gegeben, wie das Theme funktioniert und wie es sich im Alltag anfühlt, damit zu arbeiten. Jetzt möchtest du bestimmt wissen, wie du das Theme am besten erwirbst. Passend zu diesem Video gibt es einen Beitrag im SearchOne Magazin. Den Link zum Beitrag findest du unten in der Beschreibung. Den Beitrag zu lesen lohnt sich übrigens, weil wir da auf Punkte eingehen, die hier im Video zu kurz gekommen sind und umgekehrt. Ganz unten im Beitrag findest du dann den Link zum Theme. Manchmal gibt es Rabattaktionen, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Die können sich von Zeit zu Zeit ändern. Guck also auf jeden Fall unten im Beitrag, was für einen Deal es aktuell gibt. Das war's von mir. Vielen Dank. Dein Sascha. Over and out.